Wo legen Wachteln am liebsten ihre Eier? Hallo und herzlich willkommen bei Wachteln in drei Minuten, erklärt von der Wachtefarm Hedstedt. Dass Wachteln keine Legenester nutzen, ist hinlänglich bekannt. Und dass du deshalb die Wachteleier in deinem Gehege an verschiedensten Stellen finden wirst, das dürfte dir auch nicht neu sein. Im Grunde genommen liegt das daran, dass die japanische Legewachtel, die ja für uns und von uns auf Legeleistung gezüchtet worden ist, durch eine gute Fütterung einen enorm hohen Legedruck hat. Wir kennen das, die Wachtel legt quasi jeden Tag ein Ei. Ob man das begrenzen kann, sinnvoll begrenzen kann, durch die Gabe von einem Futter, das weniger Rohprotein enthält, ist fraglich. Die liebe Schnullipuppe hat das mal ausprobiert, weil sie der Meinung war, ihre Wachteln bräuchten gar nicht so einen hohen Rohproteingehalt. Und hat das aber nach kurzem wieder eingestellt, weil sie feststellte, dass sich das Verhalten der Wachteln änderte. Sie wurden aggressiver. Dazu nehme ich an, dass das aufgrund eines Nährstoffmangels passiert ist. Ob das jetzt irgendein anderer Nährstoff war, der da fehlte, oder ob das tatsächlich das Rohprotein war, dafür ist so eine Erhebung sicher nicht wissenschaftlich genug. Aber der Legedruck, der Wachteln, der permanent da ist, möchte natürlich gern in Ruhe ausgelebt werden. Und so kann man tatsächlich sagen, dass die Wachteln sich beim Legen, das ist ein Prozess, der mehrere Minuten dauern kann, gern eine ruhige Ecke suchen, in der sie ungestört sind. Wer also ein größeres Gehege hat ohne weitere Verstecke, wird feststellen, dass die meisten Eier in den Ecken liegen. Das heißt, die Wachtel ist im Großen und Ganzen von zwei Seiten schon mal geschützt, weil von da nichts passieren kann. Wer ein Gehege hat mit Verstecken, die im besten Fall noch schön mit Heu oder Stroh ausgestattet sind, der wird feststellen, dass die Eier gern in diese Verstecke gelegt werden. Das ist das Ergebnis der Tatsache, dass die Wachteln gern in Ruhe und ungestört ihre Eier legen wollen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und ich freue mich über jeden, der sonntags 20 Uhr im Livestream dabei ist. Bis dahin!